Servus, bevor dass wir jetzt gleich in den Raid starten, gibt es noch wichtige Info für euch und zwar hat Battlestead Games eine Premiere gepostet und zwar findet die heute statt, wenn ihr euch dieses Video anschaut, um 22 Uhr auf ihrem YouTube Channel und wir werden uns das ganze live angucken auf Twitch. Ich starte natürlich schon eher ca. 20, 20, 15, also schaltet gerne ein, ich freue mich. Wenn ihr den Twitch Link noch nicht habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung oder sucht auf Twitch nach Dr. Vue. Ja, was könnte sich das ganze handeln? Hier rechts im Chat steht schon irgendwas vom Terminal, es könnte auch nur der Trailer für den neuen großen Patch sein, den wir jetzt erwarten, oder es könnte natürlich auch vielleicht ein neues Videoabenteuer, so ähnlich sein wie die Raid Episoden. Deswegen, ja, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr meint, was es sein könnte. Die Spekulation alleine ist ja schon ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten haut natürlich den Daumen nach oben raus, wenn euch das ganze Video gefällt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Customs Rating, in der es sind. Vielleicht bis später im Stream. Servus. Hallo. Ich bin der Doktor. Hallo. Ich bin der Doktor. Vielen Dank. Das war's. Das war's. Definitiv. Definitiv. Mist, wo ist der dritte? Ich weiß nicht, wo der dritte ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo der dritte ist. 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 Ich weiß nicht, wo der dritte ist.